Herzlich Willkommen Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Lionrangers, es geht weiter, wir haben den nächsten täglichen Login-Bonus und zwar 20.000 Coins gibt es heute, morgen gibt es 5 von diesen Regenbogen-Federn, also heute nicht mehr Anzeigen, nicht mehr, nein, andere nicht kaufen. Okay, dann holen wir uns einfach mal die 20.000 Coins, her damit, und damit haben wir 31.000, wir haben einige neue Missionen, wunderbar, Bonus-Level abschließen, okay, das ist egal, Hauptlevel abschließen, okay, das kann man, ah, täglich, cool, täglich, 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 das ist ja schön, dann würde ich sagen, Freunde, wir helfen dem mal ganz kurz, wenn das wieder geht, genau, So, der Logo, helfen wir denen, ist ja klar hier, na, wo habe ich jetzt hinbeklickt, ah, egal, wohin, ja, für jeden Ding schreiben wir ja 20,20 Punkte, wunderbar, du kannst pro Tag 50 Mal Hilfe schicken, ach, 5 Mal reicht, ist okay, achso, hier oben gibt es alle, cool, hier gibt es alle an den Button, ist schön, das ist schön, Und damit müsst ihr eigentlich die eine Mission abgeschossen haben, genau, vier, das war eine Erfahrung, 2400 Coins, und da würde ich sagen, machen wir einfach mal, go, mittlerweile ein relativ gutes Team, Rotkäppchen, Braun, ganz ordentlich die HP, ja, das sei zum Tänken da, dann schauen wir mal, was wir hier schon machen können, Missionen weitermachen, ich glaube, wir sind, wir können weitermachen und hängen nirgendwo, sind also noch stark genug, Okay, da, oh, nächstes Bosslevel, die 60, ähm, ich habe auch in den Links gelesen, in den, Wertungen, zu dem Spiel, das ab Level 60, waren so etwa Level 25, 30, bin ich auch, ich bin auch Level 25, und es ab hier, ultra, irre, schwer werden soll, da bin ich ja gespannt, Wir nehmen uns mal, nö, wir nehmen uns keinen mit, da brauchen wir gerade keinen, hm, da bin ich ja gespannt, Oh, oh, da kommt direkt ein Dicker, Ja, ja, wir haben Zeit, war, würde ich sagen, das ist mehr als genug Zeit, bis die Typen endlich mal da sind, So, zack, nummer eins, dann kommt natürlich direkt die Mumie hinterher, Dann werden wir mal ein bisschen mehr ran scrollen hier, hm, hm, so, danken, Schau mal, wie unser Hippo hier zerstört wird, oder vielleicht auch gar nicht, mal gucken, oh, doch, 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 richtig krass, holy shit, okay, Zwei Hits und unser Dings ist, äh, Half-Life, oh, oh, der ist tot, ja, Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Wir allerdings schon, nächster Schuss Und wir haben ja noch Dunkins danach dahinter, also das ist auch nochmal eine ordentliche Verteidigungswave, sollte hier irgendjemand Von den Gegnern durchkommen, ein Hippo ist nur noch am Leben Oh, 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 wunderbar, Hälfte des Lebens gleich runter So, nächster Hippo, ja, ist der nächste wieder tot, also wir sind relativ gut Die Hippos immer nachzuproduzieren Bevor sie down gehen und die Viecher hier hinten sind immer gekillt Also ich glaube, wir sind schon sehr gut dabei, dass wir diese Vierer-Dings haben, diese Vierer-Unit Brandy, kebam, ah, der hat wirklich richtig viel durch, der Gegner Ohje, ohje Ach, endlich tot Gott sei Dank, und da sind tausende Dunkins, holy shit Oh, das ist Flashdamage schon wieder, aber easy Easy, easy So, mehr Mamis Ja, ich werde auch ganz gut was durch, aber das war's gewesen, der Boss, wären zwei davon gewesen, glaube ich, wäre das schon sehr, sehr hart gewesen, aber ich glaube, das ist halt, das hier gibt's ja auch das für die nächste, okay Ich glaube, den kriegen wir aber relativ schnell down, weil wir auch die Hütte jedes Mal kaputt machen Ich glaube, der wird nicht mal down gehen, die Hütte wird eher down gehen vorher Ich meine, wir haben so viele Mumien Oh, da kommen wir ordentlich viel nach, wa, von den Gegnern hier Ja, 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 aber wir haben ja Splashdamage durch die Mumie Thomas Komm her, mein Guter Alle etwas gelähmt, die Gegner Oh, oh, ja, die werden ein bisschen zurückgedrückt, muss ich sagen, das gefällt mir nicht so super toll Aber er kriegt ganz ordentlich Schaden Hurry up Okay, jetzt werden einige unserer Units immer geopfert, dafür machen wir aber wenigstens nicht mehr schaden Seht ihr, wie viel Schaden wir machen? Da hinten, holy shit Einige Units werden immer geopfert, dafür kriegen wir aber einen richtig krassen, fetten Damage dazu Damage-Bonus dazu Und das war's auch gewesen Was gefällt mir? Das ist ein guter, das ist ein guter, guter Trade, finde ich Das mache ich gerne mit Wir kriegen unglaublichen Damage dazu Auf Kosten, dass wir alle paar Sekunden halt eine Unit verlieren Aber, pfff Mein Gott, wir haben zu diesem Zeitpunkt, wenn Harry abkommt Entweder wir haben verloren, garantiert Oder wir haben jetzt so viele Units Aber der Gegner hält halt so viel durch Äh, dass er uns dann abhalten kann Gottgleichheit schon wieder So, das alte Museum Na, dann schauen wir mal, was es hier so schönes gibt Dieser Ort ist unheimlich Seid alle vorsichtig Es muss hier hinweist Zu Settys Aufenthaltsort geben Ja, alle schön absuchen Oh, da haben wir Claire Achso, das ist dieser Diese komische Zweiertyp gewesen vorhin Der jetzt eine Vierer Unit geworden ist Ja, wir haben es ohne Freund geschafft Ohne 40er Freund Aber wir haben halt einen extrem starken Hippo auch Das ist extrem krasse daran, dass wir sowas haben Ja, wir haben mal Danke, ein ganzes Vorschicken Wo ich nicht weiß, ob der stark genug ist Aber wir gucken einfach mal Sollten wir das verlieren Oh, oh, oh Aber doch, er hätte noch ein bisschen was durch Ist okay Okay, jetzt ist er tot Jetzt kann man mal den hier setzen Wunderbar So, das würde ich sagen Oh, das ist Splash Damage Splash Damage Aber Ja, dass man den schon instat down gegangen Ja, ab hier werden sie Schon so ein bisschen stärker Gucken wir mal inwiefern wie stark die hier sein werden müssen Natürlich dann mal wieder aufrüsten unsere Units Aber naja, coins haben wir auf jeden Fall Weil wir brauchen ein paar Einheiten Splash Damage, ne Kein Dyer Boah, ich habe auch so viele HP haben müssen Diese Gebäude von denen immer Irre Ready Kabam Ich glaube, das macht richtig viel Schaden Ja gut, die Idee kann man nichts mehr machen Jetzt, weil sie einfach jedes Mal von dem Aue gekillt werden Oh, da hängt der Schädel schon halb Okay Schönes, einfaches Level Aber wir haben gerade glaube ich fünf Minuten an dem Einleiter Mal mit dem Boss gehen, was das könnte ordentlich Also, da wurden wir schon ein bisschen aufgehalten 2200 Erfahrung für die Viecher schon wieder Wahnsinn Jacob Na, leider nur zwei Sternen Schade So, nächster 62 Wir haben Okay, ich glaube, wir haben Ich glaube, das Boss Level zählt nicht zu den normalen Leveln Die wir zu den täglichen Missionen machen müssen Gib mir Schätze und gib mir die Vierer Units Das ist ein bisschen weiter weg, das ist okay So, jetzt können wir die 720 sparen Sparen, 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 sparen Das ist so genial I love it Ready Wunderschöner Splash Damage Und wir können einfach zu wenig Kristalle speichern 99 ist nicht unbedingt viel Das ist nicht unbedingt viel Ja, aber es sieht wieder gar nicht aus Das ist ja Splash Damage Und ein mega verdammter Tank Er war schon mega gut Und Rakete ready Gut, ja Das Problem ist immer diese Häuser Dahinten, die ist noch so viel Leben Das ist echt irre So much life Da muss ich meine Mumien mal ein bisschen aufrüsten Dann später Dafür brauche ich noch ein paar Mumien Um die ein bisschen höher zu kriegen vom Level her Sofern ich keine anderen Splash Alternativen habe Range Splash Alternativen Gut Wunderbar Tja dann Na Kabam Kaputt Sehr schön Nächste Stage fertig Ja, ab Level 60 Ist ein bisschen zäher Aber es geht trotzdem So, wir sind schon 26 Level up Und wir haben Doktor AIN gefunden Ein Schatz mit zwei Sternchen Und wieder Jacob Mhmm Mhmm Lass mich Kein Jacob Schön, der Boss Gegner Oh Gott Damals schon wieder ein Boss Gegner Was soll starten noch Ich dachte, der hat schon gestartet Das ist ja krass, wie schnell die mal rauskommen, ne Auch vor allem, wie schnell der ist, holy shit Okay Ich muss mal ganz kurz einen Duncan vorschicken Aber gleich noch ein Hippo hinterher Oh, da ist ein Hipster Guck mal da Und Damage Zack Okay, was macht er? Hm Au Du spinnst, ey Okay, wir müssen auf jeden Fall mehr Range rausholen Ja, das Ding hat etwas hoher Range Aber sie trifft jetzt mal die Dings Ja nicht mehr meine Mumu Die steht weit genug hinten Das ist okay Aber das Ding hat der Wow Ist sehr heftig Wow, 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 wow Das ist aber nicht angenehm Badadadadadadam Boah, holy shit, ey Aber die hat nicht so viel durch Wie es ausschaut Ah, die machen ja Da haben wir eine Range Holy shit, ey Das halbe Feld So, ich möchte auch bitte haben Oh mein Gott Na gut, solange meine Mumu Davon nicht betroffen sind Ist okay Aber sie werden halt ab und zu getroffen Was nicht so toll ist Boah, ich weiß nicht, was die mit Typen machen So, ne, holy shit Einfach mega fette Tanks Und das Wahnsinn Einfach nur Wahnsinn Was die Dinger für ein Damage raus Da kommt der nächste hinterher Ein Geist Ready Kabam Ja, also Das war jetzt schon nicht toll Da war die so eine hohe Range Und die will ich ja Das hier einfach mal hinten Auch unsere Units alle killen Und wenig Schaden machen die auch nicht Also Splash Damage Mega fette Range Und Damage ohne Ende Egal Dennoch gewonnen Wir können gegen meine Mumien Nichts ausrichten Und das Ding ist auch gleich Oh, da war schon wieder so einer gewesen Ja gut, jetzt war ich natürlich so viel Splash Damage Auf einmal jedes Mal Was jede Unit, die da rauskommt Einfach uns dann gekillt wird Bam Glückwunsch Level geschafft Ja, vielen Dank 1005 Coins Ah, das ist auch das Boss Level gewesen, oder? Ah, J-Coin, geh weg Ah, nee, jetzt kommt das Boss Oh Gott Oh Gott Okay So, Mission Okay, Hauptlevel 3,5 Mal Abschließt Bonus Level 5 Mal Abschließt Muss man auch noch machen Aber dann Im nächsten Part Schatz Dann Upgrade Wichtig Upgrade Mega niedlich Okay Schauen wir mal ganz kurz, dass wir hier noch Den 39er ein bisschen aufrüsten 5 Level 6 Level kann nur noch eichen Haben wir noch eine Mumie? Ansonsten muss ich mal gleich Ganz kurz ein paar paar Matches machen Wo ich die Mumie bekommen kann Weißt du? Okay, 3 Mal können wir noch Also 15 Level noch dazu Ähm, also auf 60 hoch Und hier Okay, 17 Level brauchen wir dafür noch Das ist ganz ordentlich Gut Ähm, ich würde sagen Gacha Neue, Gacha Gacha, Gacha, was hier? Ah 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 Okay Das kann man also hier Okay, verstehe Das haben sie jetzt anscheinend ausgetauscht So ein bisschen Aber ich kann die Ticket zurück benutzen Ich meine, ich brauche dir sonst nicht Deswegen Wir machen wir ganz kurz Pause In der nächsten Folge Wir wieder Line Rangers Dann holen uns ein paar Units hier Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was Man hat 5 Sterne Vielleicht gibt man 5 Sterne Unit, wer weiß Und dann sehen wir uns Nächstes Mal wieder Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis dann Ciao Ciao Ciao